Was sagt eine Schnecke, die auf einer Schildkröte sitzt? Halt das jemand? Hui! Hui! Das dauert immer noch. Das ist immer sehr peinlich, was auf der Bühne passiert. Da war es eigentlich überhaupt gar nicht, was man... P Beckheim? Also Schildkröte. Da war es eigentlich sogar mal. Was für Sie, ich habe eine Schildkröte außerhalb. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020